Herzogin Sophie wurde für ihre erstaunliche Rede gelobt, als sie in Abwesenheit des Königs ihre königlichen Pflichten verstärkte. Die Herzogin von Edinburgh sprach in der Ukraine auf der Konferenz zur Wiederherstellung der Rechte von überlebenden sexueller Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten. Sophie, Herzogin von Edinburgh, wurde von königlichen Fans dafür gelobt, dass sie ihre Pflichten in Abwesenheit von König Charles geschickt verstärkte. Auf der Konferenz zur Wiederherstellung der Rechte von überlebenden sexueller Gewalt im Zusammenhang mit Konflikten in der Ukraine teilte die 59-jährige Herzogin die Bewunderung des Königs für den Heldentum der ukrainischen Bevölkerung inmitten des schrecklichen Krieges, den Russland gegen sie führt. Zum Thema sexuelle Gewalt während des Krieges sagte die königliche Mutter von zwei Kindern, das Ausmaß der Herausforderung, die konfliktbedingte sexuelle Gewalt auf der ganzen Welt darstellt, von Myanmar bis Äthiopien, von Kolumbien bis zum Sudan, die aktuelle Krise in Der Konflikt zwischen dem Nahen Osten und der Ukraine ist sowohl aufgrund vergangener als auch gegenwärtiger Konflikte enorm. Leider scheint sich die Situation zu verschlechtern. In der Ukraine haben weibliche und männliche Überlebende mutig von ihren Erfahrungen mit den entsetzlichsten Gräueltaten erzählt, die sie seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 erlebt haben. Diese Konferenz ist eine wichtige Gelegenheit, um sicherzustellen, dass diese Überlebenden nicht vergessen werden, um ihren Mut und die Notwendigkeit, Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, ins Rampenlicht zu rücken. Punkt Die Herzogin war in ihrer Sprache unmissverständlich und bemerkte offenherzig, dass konfliktbedingte sexuelle Gewalt das Bure übel sei. Sie sagte, Vergewaltigung erfordert keine Ausbildung, keine Waffenausrüstung, keine finanzielle Unterstützung, ist aber nicht nur in der Unmittelbarkeit der Angriffe, sondern auch für den Rest des Lebens des Opfers und seiner Familie genauso verheerend wie Kugeln und Bomben. Punkt Und lassen Sie uns klarstellen, dass es illegal ist, tatsächlich ist es das Bure Böse. Konfliktbedingte sexuelle Gewalt muss jetzt ein Ende haben. Herzogin Sophie wurde von der ukrainischen First Lady Olenad Zelenska, der Frau von Volodymyr Zelensky, eingeladen, auf der Konferenz zu sprechen. Die First Lady kehrte kürzlich von einem Treffen mit der Königin im Clarence-Haus nach Hause zurück, als Putins Krieg seinen zweijährigen Jahrestag feierte. Während der König wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, wird die Königin wegen ihrer Rolle bei der Wahrnehmung königlicher Pflichten als Retterin der Monarchie bezeichnet. Nach ihrer aufsehenerregenden Rede in Osteuropa wurde Herzogin Sophie jedoch gelobt. Royal Fans strömten in die sozialen Medien, um der Herzogin ihren Dank für ihre Arbeit auszudrücken. Einer schrieb, die Herzogin von Edinburgh leistet fantastische Arbeit mit der UN-Initiative zur Verhinderung sexueller Gewalt in Konflikten. Punkt ein anderer sagte, ich liebe Herzogin Sophie. Gut gesagt, eure Hoheit. Während sich ein Dritter einschaltete und den Ton wiederholte, sagte er, danke, ma'am. Vielen Dank für all die Mühe und Unterstützung für die Überlebenden und dafür, dass sie das Bewusstsein für dieses Thema geschärft haben. Wir sehen uns für heute, oder? Vielen Dank für alle, danke. Vielen Dank für alle, gerne. Wir sehen uns bei der nächsten Video- och such. In der nächsten Video wiederholen wir uns bei der Verwinderung des Z及bologists. Untertitelung ist eine solche Adresogin